Herzlich Willkommen liebe Kinder beim Karate Dojo SV 1880. Wir zeigen euch heute ein Karate Kindertraining. Wenn ihr Lust habt auf Karate und schon sechs Jahre alt seid oder älter, dürft ihr gerne bei uns anfangen. Jetzt machen wir alle zusammen das Training. Füße zusammen, Us. Wir nehmen die linke Hand nach vorne. Als erstes lernen wir den ersten Faustschlag, den nennt man Tsuki. Also Karate ist ja eine japanische Sportart, deswegen haben auch alle Techniken japanischen Namen und ich zähle auch auf Japanisch. Das heißt ihr lernt auch gleichzeitig ein bisschen Japanisch. Wir machen hier eine ganz ganz starke Faust und jetzt wechseln wir einmal Fäuste schlagen nach vorne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Hatsch. Ku. Cho. Genau. Jetzt habt ihr schon gehört, einer von uns hat einen Kampfschrei gemacht. Das machen wir jetzt alle. Und zwar bei Karate, wenn man ganz fest macht, macht man auch einen sogenannten Kiai. Das heißt Kampfschrei. Wir machen es jetzt noch fünf Mal und beim fünften Mal Kiai. Ich. Ni. San. Chi. Go. Und Yami. Yami heißt Pause auf Japanisch. Jetzt wollen wir diesen Faustschlag natürlich auch nicht nur im Stehen, sondern auch im Vorwärtsgehen machen. Dafür stellen wir uns mal den linken Fuß nach vorne in Gedan-Barei. Genau. Wir machen jetzt einen Schritt nach vorne und stoßen den Tsuki in die Höhe von unserem Kopf. Das nennt man Jodan. Ich. Genau. Und einen normalen Schritt wieder zurück. Ni. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Hatsch. Ku. Cho. Okay. Und wir wechseln den Fuß. Dasselbe machen wir auf die andere Seite. Erstmal nach vorne gehen. Ich. Nach oben. Chodan. Genau. Und jetzt wieder zurück. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sit. Hatsch. Und jetzt mit Kiai. Ku. Cho. Und Yami. Jetzt habt ihr bereits, liebe Kinder, den allerersten Fauststoß gelernt auf das Kinn von dem Gegner. Jetzt lernen wir dazu auch noch einen Block, damit man sich auch dagegen verteidigen kann. Und zwar heißt dieser Block Agi-Uke. Wir machen euch das einmal kurz vor. Die rechte Hand macht mal im Stehen Agi-Uke. Ich. Genau. Super. Und wieder Yami. Wir zeigen euch schnell, wie das angewendet wird. Hannes und Hannes könnt ihr bitte vormachen. Bitte kommt etwas nach vorne. Okay. Dreht euch zueinander. Verbeugen. Russ. Jetzt geht in eine richtige nahe Distanz. Der Hannes geht mal rechtes Bein zurück. Geht am Bereich. Jetzt macht er den Schlag, was wir gerade geübt haben, auf den Kopf. Und der Hannes geht zurück und blockt mit dem Agi-Uke. Nie. So. Okay. So seht ihr, dass der Fauststoß nach oben abgeleitet wird. Und Yami. Mach's noch einmal vor, bitte. Ja. Und Yami. Und verbeugen. Russ. Danke fürs Vormachen. Also. Wir machen im Stand erstmal Agi-Uke. Rechte Hand fängt wieder an. Ich. Jetzt die andere Hand. Nie. San. Ci. Go. Rock. Sit. Hat. Ku. To. So. Okay. Okay. Wir gehen Yami. Linkes Bein nach vorne. Geht am Bereich. Jetzt gehen wir vorwärts mit dem Fauststoß und rückwärts mit dem Block. Ich. Zuki nach vorne. Und Agi-Uke rückwärts. Nie. San. Ci. Go. Rock. Rock. Sit. Hatsch. Ku. Ju. Und Yami. Und das ganze rechtes Bein nach vorne. Geht am Bereich. Okay. Das ganze kommt jetzt auf die andere Seite. Ich. Zuki. Und rückwärts Agi-Uke. Nie. San. San. Ci. Go. Rock. Sit. Hatsch. Ku. Ju. Und Yami. Und verbeugen. Us. So Kinder. Jetzt habt ihr schon den Fauststoß und den Block gelernt. Jetzt machen wir auch noch einen Fußtritt. Dafür nehmen wir mal unsere Hände an die Seite. Und machen den Fußtritt, der heißt Maigiri. Maigiri. Die Füße sind erstmal ganz geschlossen und wir fangen an mit dem rechten Fuß. Ich. Abwechseln. Nie. San. Ci. Go. Rock. Sit. Hatsch. Ku. Ju. Und Yami. Wir zeigen euch jetzt noch, wie dieser Fußtritt angewandt wird. Dafür nehmen wir jetzt als freiwillige Formmacher mal die Safa und den Yona. Okay. So. Die Safa und der Yona machen euch den Fußtritt erstmal vor. Die Safa macht den Maigiri auf den Gürtelknoten von Yona. Ich. Genau. Du kannst ruhig vorne absetzen. Nie. Ja. Nochmal zurück. Noch einmal. Ich. Genau. Und zurück. Und jetzt versuch mal, den Gürtelknoten zu treffen. San. Ja. Okay. Super. Und Ci. Und Yami. Und nochmal verbeugen. Us. Also so soll das dann im Endeffekt aussehen. Wir machen jetzt auch den Maigiri im Vorwärtsgehen. Stellt euch links vor hin. Geht am Bereich. Die Hände Kampfstellung. Und wir gehen einen Schritt vor mit Maigiri und dann wieder ganz normal zurück. Ich. Und zurück. Und zurück. Und zurück. San. Und zurück. Chi. Und zurück. Und go. Und Yami. Und auslockern einmal kurz. So. Karate ist aber jetzt nicht nur einfach Techniken machen, sondern Karate bedeutet auch Selbstverteidigung. Wir machen euch eine kleine Selbstverteidigungsübung vor. Wir zeigen euch jetzt eine kleine Selbstverteidigungsübung. Und zwar, was man macht, wenn der andere einen beim Kragen packt und wegschubsen will. Ben, pack mal den Abdurrahman. Ja. Der Abdurrahman hat es schon super gemacht. Sobald der Ben kommt, geht er in einen stabilen Stand und haut ihm auf den Ellenbogen. Mach es noch einmal bitte. Zurück. Jetzt gehst du vor und packst. Und runter. Genau. Jetzt ins Gesicht schlagen. Ni. Pack ihn selber. San. Kniestoß in den Bauch. Und dann kannst du von oben mit dem Ellenbogen drauf. Chi. Genau. Mach das noch einmal vor. Ich. Ni. Kniestoß. San. Und Chi. Ja. Und Yami. Genau. Also wir haben es jetzt hier beim Üben hat der Abdurrahman einen Kniestoß in den Bauch gemacht beim Ben. In einer Selbstverteidigung würde man es zwischen die Beine machen. Aber wir wollen uns im Training nicht verletzen und üben halt den Ablauf davon. Wenn du jetzt bei dir zu Hause mit deinem Geschwisterkind es zufällig machst oder du möchtest Mama und Papa mal ausprobieren, dann kannst du gerne jetzt das Partner-Training machen mit denen. Ansonsten machst du einfach alleine die Übung, die wir jetzt machen. Kinder, sucht euch einen Partner. So, jetzt machen wir das zusammen. Die Seite von mir aus gesehen rechts. Pack zuerst. Macht es dreimal auf Kommando. Okay. Eins. Packen und gleich runter und draufhauen. Zwei. Schlagen. Und drei. Kniestoß. Und dann Ellenbogen. Okay. Noch einmal. Selbe Seite. Ich. Ni. San. Und oben noch den Ellenbogen. Und jetzt machst du einmal selbstständig alleine. Hatsume. Und Yami. Jetzt kommt der andere Partner dran. Die Seite von mir aus. Links. Packt. Ich. Packen. Runtergehen und draufhauen. Ins Gesicht. Ni. Kniestoß. Und Ellenbogen. Stoß. Chi. Und noch einmal. Ich. Ni. San. Chi. Und jetzt einmal selbstständig. Hashme. Und Yami. Ausverbeugen. Liebe Kinder, als nächstes machen wir noch eine Geschwindigkeitsübung, damit wir unsere Schnellkraft trainieren. Dafür nehmt ihr einfach irgendein Seil und wir nehmen hier unseren Karate-Gürtel. Den zieht ihr einmal aus und legt ihn vor euch. Also es reicht, wenn ihr ein Seil habt zu Hause oder ein zusammengerolltes Handtuch. Legt es so vor euch hin. Jetzt stellt euch für Setz auf. Genauso ist gut, Hannes. Damit ihr da auch richtig Platz habt. Wir machen es einmal langsam vor. Zuerst das linke Bein nach vorne. Eins. Dann das rechte Bein. Zwei. Dann links zurück. Drei. Und vier. Und nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Und jetzt werdet ihr langsam schneller und macht es selbstständig. Okay. Und Stopp. Ihr habt schon gesehen, die Kinder haben es jetzt schon richtig schnell gemacht, weil wir haben es schon ein paar Mal geübt. Wir machen jetzt einmal zehn Sekunden lang, so schnell wie möglich. Aber immer das linke Bein kommt zuerst nach vorne. Achtung. Und Hashmi. Und Yami. So, jetzt machen wir das Ganze mit dem rechten Fuß. Ja, richte deinen Gürtel nochmal richtig hin. Mit dem rechten Fuß. Zuerst. Okay. Erst fangen wir langsam an. Eins. Rechter Fuß. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ihr könnt selbstständig schon etwas schneller werden. Okay. Und Yami. Und jetzt zehn Sekunden lang. So schnell wie möglich. Achtung. Und los. Noch fünf Sekunden. Und Yami. Okay. Super. Dann dürft ihr euren Gürtel wieder anziehen. Das war nur eine Schnelligkeitsübung von vielen, die wir manchmal machen. Und es ist aber nicht nur wichtig, dass man schnell ist, sondern auch, dass man kräftig schlägt. Deswegen machen wir jetzt noch eine Übung Krafttraining. Als erstes machen wir für die Arme Liegestütze. Dafür legen wir uns einmal auf den Bauch. Und die Hände haben wir an der Seite. Bei eins gehen wir so schnell wie möglich hoch. Und bei zwei so langsam wie möglich wieder runter. Und eins. Und zwei. Und eins. Zwei. Du darfst zwischendrin gerne unten ablegen. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und letztes Mal. Eins. Zwei. Und Yami. Jetzt gehen wir nach oben und machen noch was für unsere starken Beine, nämlich Kniebeugen. Wichtig ist, dass ihr bei den Kniebeugen euren Fuß, den kompletten Fuß die ganze Zeit auf dem Boden habt. Und Hände nehmen wir nach oben. Eins. Ganz runter und ganz hoch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay, jetzt machen wir eine Kombination aus den Kniebeugen und der Karate-Technik, Maigiri, also dem Fußtritt, den wir am Anfang gelernt haben. Du gehst runter, machst ein Kniebeugen und dann beim Hochgehen, Maigiri. Und. Ich. Ni. Immer abwechselnd die Beine. San. Chi. Go. Rock. Sit. Hatsch. Hatsch. Coo. Do. Okay, jetzt haben wir unsere Beine trainiert und unsere Arme trainiert. Jetzt müssen wir noch unsere Stabilität im Bauch trainieren. Dafür machen wir Unterarmstütz, die nennt man auch Planks. Wir drehen uns einmal alle mit dem Kopf noch da und gehen runter in einen Plank. Okay. Und bei drei gehen wir hoch. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Und jetzt halten wir das Ganze 20 Sekunden lang. Ihr müsst mit eurem Körper wie ein Brett sein. Nicht den Popo zu hoch und auch nicht zu weit unten. noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Yami. Wir stehen wieder auf. Und jetzt machen wir noch zum Abschluss einmal zehn Zuckis. Jedes Mal Kiyai. Linke Hand nach vorne. Erinnert euch, das haben wir ganz am Anfang gelernt. Zehn Mal, jedes Mal Kiyai. Ich. Ni. San. Chi. Ko. Rock. Se. Hats. Ko. To. Und Yami. So, jetzt haben wir euch ein Kurzprogramm von unserem Karate-Training gezeigt. Wir machen normalerweise immer eine Stunde. Und auch noch ein paar mehr Techniken in der Bewegung. Aber wir dachten uns, da ihr ja wahrscheinlich in eurem Wohnzimmer nicht so viel Platz habt, machen wir mal das auf der Stelle. Zum Abschluss nehmen wir die Füße zusammen. Und verbeugen uns noch einmal. Oss. Vielen Dank.